happy birthday to you happy birthday für alle die heute geburtstag haben und willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder free fire und zwar betreuer viel spaß die erste runde geht los ja ein bisschen zu früh war auf aufnahme gedrückt na komm schon ich weiß nicht ob ich gewinnen werde ich werde es natürlich wahrscheinlich probieren aber beim br rank äh bei red royal spielen so viele gute spieler jetzt schauen wir mal wo die blaue fläche ist auch die ist genau voraustür so schnell runter das symbol weg machen das nervt nur ok schnell rein laufen bisschen lecky das sind hier los und so lecky das gefällt mir gerade gar nicht dass es so lecky ist das ist so lecky ist ich brauche einen größeren rucksack das ist der kleine zweier das ist der kleine der kleine schweizende die 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 schnell rüber laufen da ist der rucksack ok wieder zurück wo kommen die alle her? das hier M60 gewesen, ja ok 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 Vielen Dank. da kommt gleich einer wo sind die denn? ok einmal reprägt Oh, oh, oh. Wo ist der? Oh, okay. Noch sechs Leute. Killing spree! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Whoops. Okay. Okay. Was war das? Durch die Mauer durchgeschossen? Wie geht das denn? Hacker? Oder hat er geschossen, wo ich gerade die Mauer gesetzt habe? Keine Ahnung. Könnt ihr selber entscheiden, war es ein Hacker oder nicht? Egal. Wir gehen jetzt zur Zeit ohne. Viel Spaß. Okay, die zweite Runde geht los. Ich hoffe mal, da kommt jetzt nicht wieder so einer der typischen Mauer. Aber es war ein spannendes Spiel. Bermut. Okay. Guck mal da. Da wollen wir hin. Gleich die guten Sachen hier einsammeln und dann am Ende verkacken. Ich hoffe, es wird diesmal besser. Obwohl, ich fand, die Runde war eigentlich ganz gut gewesen. Denn gerade. Nur am Ende da... Ich weiß nicht. Oh, da ist was lilanes. Was? Die XM8. Und bei den da auch. Die mag ich. Die XM8. Rucksack Level 3 wäre auch noch eins XM8 weg G36 Gibt es hier noch ein paar Sachen die ich mitnehmen kann Aber keiner hier Hat denn immer die MP5 lieber Kommt die Mauer Jetzt muss ich glaube ich mal F Okay Und zwar nach Deiden Feierfrei Fliegen wir denn ganz hin Auf der Brücke So 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 Kommt auch wieder raus Hat er mich gesehen oder nicht Bäh. 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 Okay. Schade. Schade. Ich hoffe, der Weg ist nicht so weit. Schneller. Lauf schneller. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Da ist das Ende. Gott sei Dank. Oh. Oh. Immer noch kaputt. Boah. Wie kaputt war meine Rüstung. Okay. Okay. Ich stehe wieder verstecken. Die Sonne kommt wieder. Ah. Oh. Hmm. Oh. 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 Okay. das gibt es doch nicht von hinten von vorn von allen seiten ach mensch lol den hat sich beinahe gekillt hier und der trotter stirbt durch die zone wie viel gehts hat er gemacht null egal egal welcher war ich vierter vierter ok gut als einmal dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wenn wir beim nächsten wieder dabei sein bis auf euch viel spaß und auf wiedersehen und 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 und